So, weiter geht's dann mit 4.1. Ich komm nicht drüber wechseln. Ja, hau, den Laptop kaputt. Medic, 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 Medic ist immer gut. Ganz viel Medic. Telefon, Mann. Ich geh ins Telefon ran. Ich mach das Telefon auf. Hä? Ich muss mal eben gucken, auf welcher Taste die Granaten liegen. Ah, gut. Hm, Steuerung konfigurieren. Inventar. Splittergranate, welche Granate sind das jetzt? 4 oder 5? 4 oder 5? 4 oder 5? Der wird zwar so schlecht. Taschenlampe. Neue, ausräumen. Lass den Rausch. Leuchten. So, 4. Na, kommen wir. Wie werfe ich denn jetzt Granaten? Sie wollte gerade mal ne Granate schmeißen, dann, äh, sagt die Granate... Nööööööö, nää. Nächste Granate. Acht!? Keine Ahnung! Was ist das denn? Was ist das denn? Was hat der gesagt? Was ist das denn hier? Da fuck! Empfängnisbereit! Oh man, ne. Shen kriegt sich gar nicht mehr ein. Komm, Frauenarzt. Geht doch so, oder? Beim Frauenarzt. Shen schüttelt schon den Kopf. Ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn Shen dabei ist, dass ihr sie hört, weil ich hab dann eigentlich nie ein zweites Headset angeschlossen, weil sie mir eigentlich nur zugucken will. Und dann, wenn ich halt so ein Denkspiel wie Sherlock Holmes mache, so ein Wimelbild, dann hilft sie mir einfach dann. Das ist halt nur blöd eben wegen der Kamera, das weiß ich. Bringt das hin? Wow! Schüschlan! Kann der schwimmen? Ich trau mich nicht, dem Wasser zuhören. Juni. Okay, da war das Kind wieder. Oh, Medic ist gut. Ich hab das Gefühl, das Kind spielt eine größere Rolle. Nöööö, wie komm ich bloß da drauf? Hm, nicht einfach, weil es in den nächsten Teilen auch vorkommt. Hier ist irgendwo das Kind wieder gewesen. Geronimo! Geronimo! Da fuck? Ist das ekelhaft, ey. Oh! Was war das denn? Der vierer Einsatzagent hat eine zweite Replikantenkompanie angegriffen und die feindlichen Streitkräfte ins Chaos gestürzt. SEG D-Teams bereiten den Eingriff auf das HQ von Arkhamsham, Armcham, Armacham, Armacham, keine Ahnung, mir auch egal, vor. Die Stärke des Feindes ist momentan unbekannt. Die in Auburn gefundene Leiche wurde eindeutig als Charles Harbecker identifiziert, ein Forscher bei Dingenskirchen. Primäres Ziel bleibt die Eliminierung von Pex und Vettel. Sekundäres Ziel ist, das Missionsziel des Feindes in dem Gebiet zu ermitteln. Okay. Jetzt? Schon was von Jankowski? Nein, aber ich hab menschliche Überreste gefunden. Ohne Lavor nicht zu identifizieren. Das kann er nicht sein. Seine Vitalräder sind etwas ungewöhnlich. Ich habe er lebt definitiv. Er muss dort irgendwo sein. Ich seh mich weiter oben. Hm, guck mal da. Ich wette, hier taucht jetzt das Kind irgendwo auf. Oder auch nicht. Hm, egal. So, ich bin noch im Zoom drin. Oh! Guten Tag! Was suchst du denn? Ich hatte Angst vor mir. Checkpoint. Oder gehen wir hier rum weiter? Da haben wir ein bisschen Kevlar. Das wurde ich mir natürlich. Ich hatte noch. Oder am eightmas... Und für das Edgit. Wow. Das finde ich so kacke, dass wenn ich mir das aus dem Zoom raus muss. Stimmt noch. Das Problem ist, was ich gerade habe, das Aufnahme-Symbol ist für die Anzahl der Munition ich noch habe. Kommt Shannon aus der Ecke. Okay, die Löffel ist voll mit Munition. Hä? Achso, Metall. Ups. Verstärkung wird dir nichts bringen, mein Freund. Du stirbst jetzt. Ich glaube, ich muss das Aufnahme-Symbol mal in eine andere Ecke machen. Aber ich bin jetzt so gewohnt, dass es da unten ist. Ach egal. Scheiß drauf. Es bleibt da, wo es ist. Gibt es hier etwas Interessantes? Sie haben eine neue Nachsicht. Hey Mann, ich habe gehört, da drücken geht was Eres ab. Alles in Ordnung? Melde dich mal. Es bleibt doch bei Freitagabend, oder? Ruf zurück, Mann. Klar bleibt's bei Freitagabend. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wer du bist, aber ich komme vorbei. Hm. Okay, das heißt also, ich muss jetzt da hinten durch. Die Wappen nehmen wir noch mit, das Versadecat nehmen wir auch mit. Checkpoint wird geladen. Ich weiß halt jetzt auch noch nicht, wenn 4.1 vorbei ist, aber ich denke, man ist auch noch ein bisschen. Ich weiß halt jetzt auch noch nicht, wenn 4.1 vorbei ist, aber ich denke, man ist auch noch ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wie viel, was da alles kommt, wie viele Intervalle es gibt, wie viele Abstände es gibt. Hallo, ist da irgendwo jemand? Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass es gleich schon irgendwie vorbei ist, oder so. Oder es kommt dann... Oder das ist jetzt quasi nur die Einleitung. Mein Status. Oh, guter. Und das Spicke ist richtig, dass man Nachforschung erstellt, wer das Mädchen ist. Ich glaube, ich habe das Spiel in der... ...200 Euro geholt. Kick die Dose weg. Kick die Dose weg. Kick die Dose weg. Kick die Dose weg. So, dann schauen wir, was mal hier drüben noch interessant ist. Ich bitte jetzt auch... Es ist zwar wieder ein bisschen spät, die Ansage, aber egal. Ähm... Ich vertraue darauf, dass sowieso keine Kommentare schreiben. Und ähm... Bitte nicht den Spoilern. Wie gesagt, das Spiel ist für mich absolut blind. Und man denkt auch, auch hier gilt, dass... ... der Freifahrer auf die Dose rum... Das ist jetzt einfach nicht schneller als ich. Und umgekehrt... Da ne. Also, Arschloch... Da ist er. Komm, komm, komm. Alter, ich kriege voll dir so schnell so viel HP. Der hat eine Schrotflinte da unten, die will ich haben. So. So, hm. Tja, was lass ich jetzt stattdessen fallen? Boah, ich weiß es nicht. Ich nehme mal die Schu... Ich weiß nicht, ob getaucht. Ich nehme sie mal mit zum Testen. Wenn nicht, kann ich sie wahrscheinlich da wieder austauschen. Da ist was, da würde ich mal hin. Ah, ja. Reflexe. Machen wir jetzt noch eben den Raum hier und dann machen wir einen Schnitt. Okay. Da muss ich runter. Oh, in einer Kepler habe ich gar nicht gesehen. Polizei berichten zufolge war die Explosion, die heute Abend ein Lagerhaus am Hafen zerstört hat, wahrscheinlich die Folge eines Industrieunfalls. Offenbar wurde niemand verletzt. Aber die Lettungsteams sind noch vor Ort. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich mache es einfach mal. Normalerweise, wenn man hier irgendwas anstellen kann, dann braucht man es auch. Gut, dann danke ich euch jedenfalls fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play 4 Nummero 1. Bis dahin. Tschüss.